Musik Für uns war natürlich nicht nur der Briefkasten neu und dass der Zeitungsbote mit dem Auto vorbeikommt. Wer nach Amerika kommt, der macht sich ja darauf gefasst, dass alles ein bisschen anders ist als zu Hause. Wir zum Beispiel hatten gedacht, dass die neue Welt alles zum alten Eisen wirft, was älter ist als ein paar Jahre. Aber sehen Sie sich zum Beispiel mal unser Haus an. Das hat sich ein Farmer vor 80 Jahren gebaut. So was sehen Sie hier in Virginia häufig. Und was das alte Eisen anbetrifft, unser Haus ist aus Holz. Natürlich muss man es regelmäßig streichen. Die junge Dame da oben ist unsere älteste Tochter Sabine. Sie verdient sich ihr Taschengeld mit dem Pinsel. Das kostet natürlich Zeit. Time is money. Zeit ist Geld. Spaß in dieser Küche. Alles ist so praktisch. Ich habe mal gezählt. Sie hat nicht weniger als 41 Wandschränke. Diesen Elektrobratherd kann man so einstellen, dass er sich nach einer bestimmten Zeit von selbst abstellt. Wenn man denkt, dass der Braten fertig sein muss. Ich hoffe, eine Stunde ist richtig. Inzwischen kann man schon mal die schmutzige Wäsche der Buben in die Waschmaschine befördern. Die sind hier genauso erfinderisch darin, sich schmutzig zu machen, wie die Kinder in Europa. Schade, dass noch keine kleine Bubenwaschmaschine erfunden worden ist. Die hier sieht nur so aus. Es ist aber ein elektrischer Bügelapparat. Und hier, das ist das Beste in Mrs. Harris' Küche. Der Geschirrwascher. So einen möchte ich auch zu Hause haben. Mein Vater denkt aber nicht daran, einen zu kaufen. Er sagt, die Hände sind der beste Geschirrwascher. from der vielleicht sogar der Geschirr Beforek transferierung. Schade, aber auch bei uns je saying. und hier gibt es dieses Gassen.